Ohayou Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Hurt Gold, also Golden Edition Hurt Gold. Ja, im letzten Part haben wir den Knopfhensa-Turm hinter uns gelassen und dieses Mal wollen wir uns der Arena widmen. Ja, wir fangen an mit dem ersten Trainer in der Arena. Wir könnten natürlich auch sofort zum Arena-Leiter gehen, aber das wäre ja viel zu einfach. Zumal wir die hier sowieso one-hitten werden, also von daher, warum gönnen wir uns nicht ein bisschen Spaß und Erfahrungsrunde. Bitte. Wir müssen uns auch demnächst noch ein weiteres Team-Kameraden-Pokémon-Gedöns holen. Und ja, ich weiß noch nicht, welche Taubstie wäre natürlich empfehlenswert, weil wir dann einen Boss bei uns haben. Also wir haben dann Big Boss bei uns, also Tau-Boss später. Also erst Tauburger, dann Tau-Boss, ja. So, damit hätten wir schon mal hier die kleinen Pisstrainer besiegt. Nikola war jetzt schon auf Level 16, also ist schon Big Boss. Es ist Big Boss im Business. Und ja, ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Viele Leute sagen, mit Elektro-Pokémon, mit Elektro-Attacken könnte man, ne, könnte man Pokémon von Typ Flug ganz leicht die Flügel stutzen und machen sie so und machen sich so über mich lustig. Das kann ich nicht so stehen lassen. Und wenn du erst mal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was Farkus ist? Schwörst du? Das wollen wir doch mal sehen. So, ähm, er setzt eine Taub-C ein und Taub-C ist leicht getaubst. Also wird, ist es schon gleich weg. Er hat noch ein weiteres Pokémon, und zwar Tau-Boga. Auf Level 13. Was sehr verwunderlich ist. Aber gut, lassen wir den Spassalacken mal. Setz der Ruhrort ein, ey. Ich schwör's dir. Der hat nichts Besseres zu tun, als Ruhrort einzusetzen, ne? Egal, wir machen ihn jetzt einfach mit Glut fertig. Also immer schön draufhalten, hier ist die Wiese. Jetzt brennt er auch noch. Das ist ja nochmal Job-Güsella. So, und tschüss. Naja, fast, aber jetzt. Tüdeli! So, damit hätten wir schon mal den ersten Orden. Ist das nicht, Schnieke? Verfliegst! Das war das geliebte Flug-Pokémon meines Vaters. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, nimm diesen offiziellen Orden der Pukke-Liege. Er bescheinigt dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit verleihe ich dir den Flügelorden. Ja, ich halte den Flügelorden. Oh yeah. Wenn du im Besitz des Flügelorden bist, gehorchen dir alle Pokémon mit einem Level B von bis zu 20. Und außerhalb des Kampfes kannst du damit nun Zertromere einsetzen. Und hier hast du noch ein TM von mir. TM 51 erhalten. Bündnest du ein, bündnest du ein Pokémon, äh, eine TM. Ernährt es umgehend eine neue Attacke. Also überlege dir gut, welchen Pokémon du, ähre, die Ähre zuteil, zuteil wird. Welchen Pokémon die Ähre zuteil wird. Den einen TM lässt sich nur einmal einsetzen. Das TM 51 enthält übrigens eine Attacke namens Ruhrort. Mit ihr kann ein Pokémon bis zur Hälfte seiner maximalen KP wieder auffrischen. Du wirst von nun an in den Arenen vieler Städte von zum Kampf antreten. Setze die Attacke weiß ein und sie wird dir zum Sieg verhelfen. Als nächstes, ja, als nächstes, nimmst du dir am besten Azela City vor. Hauslerin und Tschüss und so, ne? Was sagt Vorregel dazu? Dob, dob. Wirkt ihr sehr glücklich. Seht ihr, Vorregel sagt auch, ne, Igelava sagt auch Schoppgüsell. Ja, ich wurde letztens auch daran angehauen, weil ich Igelava als Flemly bezeichnet habe. Egal. Hallo, Tesslea. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Genau, das kann ich dir noch nicht sagen. Aber ich möchte unbedingt, dass du das Eier an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt von Viola City auf dich. Sei also gut. Sei also gut und hol es dort ab, ja? Tschopp, 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 Tschoppgüsell. So, damit hätten wir das und jetzt hier ab in die Pokémon-Center. Deine Pokémon sind wieder topfett, kommen bald wieder vorbei. Hm, lasst mich überlegen. Nö. Tschopp, Tschopp, Tschoppgüsell, Tschoppgüsell. Einmal gehen die Wand rein, tut immer gut. So, einmal hier den da. Lange nicht gesehen, Tesslea. Professor Lent hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Hier, eine Bitte an dich. Und zwar hätte er gerne, dass du dieses Pokémon-Ei trainierst. Ja, wie soll man denn ein Ei trainieren, du Lappen? Nachdem du weg warst, erhielt der Professor von jemandem einen Anruf. Das Gespräch war bereits eine ganze Weile im Gang, als Professor Lent plötzlich laut durch das Lobo rief, dann ist Tesslea genau der Richtige für uns. Danach bat er mich, dir dieses Ei zu überreichen. Tja, und hier bin ich. Es heißt, Pokémon schlüpfen erst dann aus dem Ei, wenn sie eine Weile an der Seite von munteren Pokémon verbracht haben. Und genau deshalb denke ich auch, dass du das Ei haben solltest, Tesslea. Pass gut darauf auf. So, Job güzel, tschüss. Hallo, hallo. Du musst jetzt länger sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Super drin gehalten. Boah, die verschleudert doch nur mein Geld. Na no, dieses Ei. Hohohoho, ich verstehe. Mr. Pokémon hat es also Professor Lent geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Das ist wirklich äußerst, ein wirklich äußerst kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Zieht es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Nö. Gut, dann gehabt euch wohl. Ja, ich sag gern. Nö. So, jetzt könnten wir unten weitergehen. Wir holen uns erstmal diese Aprikot hier ab. Hallo. Hier steht ein Aprikotbau. Schwörst du? Aprikot gelb. Oh yeah, Job güzel. Ich will aber nochmal den kleinen Icognitos einen Besuch abstatten. Alphruinen. Dem, 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 dem. Hallo. Willkommen in der Ruinenwerkstatt. Wir restaurieren hier gerade Steintafeln, die in den Ruinen ausgegraben wurden. Die Brücke, die Brücke der Steintafeln lässt sich drehen, indem man sie kurz antippt. Berührt man sie ohne Lust zu lassen, kann sie frei unbewegt. Ah, okay. Jetzt, jetzt hab ich's gecheckt. So, also testen wir das mal aus. Es lebt auf dem Meeresgrund. Meeresgrund. Und er hielt mit den Augen auf dem Rücken Ausschau. So. Ich tippe immer zu lang drauf. Das ist schlecht. Hm, naja. Was soll man tun, ne? Ja, ist das geil. So, die passen an sich so. Obwohl... Doch, doch, die passen. Oder? Ich tippe zu lang drauf. Dann mein... Ach, ich... Ah, jetzt. Mhm. Komm schon. Das ist doch verarsche. Einmal kurz auftippen, heißt es. Und dann das. Das ist doch verarsche. Dreh du dich zumindest mal. Ah, zumindest einmal. Ich schaff das. Mann. Das ist blöd gemacht, gerade hier vom... Programm. Komm. Ah, zumindest der hat jetzt schon die richtige Richtung. Ich hasse dich auch. Ah, jetzt check ich's auch. Das muss dahin. Na, komm schon. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Sei mal Jobgüsel. Du drehst dich auch nochmal. Das soll übrigens, glaube ich, Kabuto oder so darstellen. Jetzt komm schon. Das ist blöd. Ich tippe einmal drauf. Ich hasse es auch. Mindestens genauso wie hier. Nö. Noch einmal. Nein, nein, das war zu weit. Mann. Einmal noch. Komm schon. Man hört das Knopf. Nein. Ich hasse es. Da ist der andere besser. Komm schon. Sei doch Jobgüsel. Jetzt muss ich das noch einmal. Da haben wir es. Und jetzt nochmal hier den hier. Ja, genau. Der dreht sich jetzt einfach um oder was? Ist das jetzt so richtig oder nicht? Ich hoffe es. Ich hoffe es irgendwie. Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher. Wie habe ich so das Gefühl, dass das Auge nicht richtig ist, dass... Komm schon. Wir gucken uns das jetzt an. Mausvergewaltigung. Nee, so ist es auf jeden Fall nicht richtig. Komm schon. Einmal noch. Dreh dich. Bäm. Geht doch. Ähm, irgendwie Fehler? Scheiße. Wenn du hier von oben heruntergefallen bist, bedeutet das ja... Nie im Leben. Du hast tatsächlich das Puzzle der Steintafel gelöst? Das ist ja wunderbar. Du scheinst ein Händchen für Archäologie zu haben. Hier, nimm dieses Inkognito-Heft. Es legt automatisch Einträge für Inkognito an. Die du neu gefangen hast. Das wird dir von großen Nutzen sein. Ich habe hier, glaube ich, gerade ein anderes Problem. Ich sehe nichts. Du kannst hier deine Präsenz spüren. Scheiße. Ich sehe nichts. Das ist schlecht. Ich muss mal kurz speichern. Scheiße. 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 Der Emulator ist gecrashed zum Teil. Aber ich kann noch speichern. Moment. So. Gespeichert ist ja. Das ist leicht blöd, ne? So. Schon besser. Jetzt können wir was sehen. Das ist was. Emulatorfehler. Das kann öfters vorkommen. Und ja. Hier fehlen wir Ikognito. Unser erstes Ikognito ist ein D. Oh ja. Es ist ein D. Ikognito. Ikognito. Ich will jetzt aber kein Ikognito fangen. Ich hätte sowas wie ein Fluchtsaal oder so mitnehmen sollen. Weil die kommen ziemlich oft hier. Das ist ein A. Seht ihr? Ein Ikognito A. So. Tschüss. Ikognito. Mein Gott. Alter. Da war eigentlich noch so ein verrückter Professor hier unten, ne? Aber egal. Egal. Level 17. Ikognito können übrigens nur Kraftreserve einsetzen. Da ist die Leiter. Unser Fluchtweg. Ikognito Y, oder? Ich glaube schon. Ich will aber jetzt nicht gegen mich kämpfen. Haha. Wir gehen die Leiter rückwärts hoch. Und kommen dann irgendwie doch wieder richtig hoch. Ha. Job güzel. Das hätte damit nicht gerechnet, ja? Da ist der Professor jetzt wieder drin, glaube ich. Und zwar war das, glaube ich, der da. Oder? Ja, das ist er. Und du? Jo, das da oben war ja. Den konnten wir leider nicht sehen, weil... Emulatorfehler. Komi Nassai. Aber man hat ja schon nach dem Lösen des Rätsels gesehen, dass... Ja, ein Fehler. Und der lässt uns jetzt so bisschen nicht durch, oder? Letztlich dein Ernst, oder? Ah, okay. Was willst du? Wundersaat. Und jetzt lässt du mich aber vorbei, oder? Vielleicht hatte ich schon mal das Problem. Ja. Er lässt uns vorbei. Ist der nicht Job gesellt, dieser Mann? So, Igelava. Ich halte mich nicht nur für stark. Ich bin stark. Ne? Tideli. Was mache ich da eigentlich? Rauchwolke. Was mache ich mit Rauchwolke? Glut ist der Lösung. Glut ist immer der Lösung. Das war schon immer der Lösung und wird auch immer der Lösung bleiben. So. Bam. Du bist stark. Sag ich doch. Da könnten wir jetzt uns vorbeischleichen, oder so. Und Gedöns. Du bist auch ein Trainer, oder? Wenn ich das sage. Und dann hat sie... Was? Wie? Ein Kampf? Hm. Eigentlich telefoniere ich gerade. Na gut. Ausnahmsweise. Muss das sein. Nidoran. Alter, unser Igelava wird hier bald Einzelgänger. Wir kriegen nie wieder ein Pokémon gefangen, sage ich euch. Wenn wir das zu hoch leveln. Oh, du bist auf Reise? Du siehst die Welt an? Na? Okay, du bist ein Mädchen. Das wird dann schon durchgehen, ne? Scheiß drauf. Okay. Da oben war nichts, ne? Da unten könnten wir auch lang. Hier sehen wir die Succession. Ähm, ich bin aber irgendwie dafür, da unten lang zu gehen. Weil da Pokémon erscheinen. Ne, Spaß. Spaß! Ratzfratz! Äh, Ratzfratz wird jetzt Ratzfratz kalt gemacht. So, tschüss Ratzfratz. Hm, hier sind wieder Angler. Die lasse ich jetzt mal Angler sein. Hm. So, im nächsten Part machen wir dann hier weiter mit Igelava. Igelava scheint mit Zetsleer spielen zu wollen. Und was sagt Igelava jetzt? Pickt beharrlich auf den Boden herum. Na gut, ihr habt's gehört. Igelava ist auch schon... Äh, keine Ahnung was. Naja, wenn euch der Part gefallen hat, gebt den Le Dormon hoch. Schreibt eure Meinung in die Kommis mit Zeitangabe, falls ihr irgendwas da bemängeln wollt oder sowas in der Art. Weil sonst peile ich nicht, was ihr mir sagen wollt, ne? Wie gesagt, ihr wisst es ja eh alle. Naja, bis zum nächsten Part. Haut rein. Bis dann. Und ciao.